Leute, willkommen zum dritten und sicherlich letzten Video für diesen Tag. Ich möchte über Ranked nochmal sprechen. Ranked scheint komplett broken zu sein, was die Punkte betrifft. Im ersten Video habe ich über einen Patch gesprochen, der gestern rauskam. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas heimlich geändert wurde, was die Punkteverteilung betrifft oder ob das schon länger ist. Viele von euch haben jetzt in meinen letzten Livestream auch geschrieben, es gibt irgendwie keine Punkte mehr für Kills und das war noch bevor der Patch da ist. Und jetzt hält es mir extrem deutlich auf. Im zweiten Video habe ich über Allgemein Ranked gesprochen, wie das mit den ganzen Campern ist und das ganze System und dass die Punkte wohl mehr Minus bringen sollen, Zugangspunkte und so weiter und so fort. Aber jetzt zieht euch das einfach mal rein. Ich habe jetzt nochmal zwei Runden für mich ein bisschen in Ruhe gespielt. Wir bekommen einfach keine Punkte mehr für Kills. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt zwei Runden nur gespielt, einmal den zweiten Platz gemacht mit ein bisschen Zeugs, Kills, Assists, hast du nicht gesehen. Ich habe nur die Punkte für den zweiten Platz bekommen und ihr seht auch nur Bonus 0. Eliminierung ist überhaupt gar nicht mehr aufgeführt. Und bei der zweiten Runde, Platz 4, 125 Punkte. Wir bekommen nur noch die Platzierungspunkte. Leute, was ist hier los? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Geht es euch genauso? Wenn das beabsichtigt ist von Respawn, dann haben wir noch mehr Freude an Ranked in den nächsten Tagen und Wochen, bevor irgendwas gefixt wird. Weil dann geht das Camper noch mehr los. Weil sich den Arsch in der Runde aufzureißen, ohne überhaupt Punkte zu bekommen für die Kills. Es war ursprünglich so, du hast am Anfang ein paar Kills gemacht, hast vielleicht gerade mal so Platz 15 oder 14 erreicht, bist dann draufgegangen, dann hast du wenigstens ein bisschen Abzug bekommen. Dann hast du statt minus 35 vielleicht nur minus 10 oder minus 15 bekommen. Und jetzt nichts. Es wird nichts belohnt. Es wird einfach nur die pure Platzierung belohnt. Und das lädt jetzt alle dazu ein, nur noch zu campen. Sorry, geht es nur mir so? Ich weiß, dass in den Chat heute einige geschrieben haben, auch gestern, dass irgendwas nicht stimmt. Aber jetzt merke ich es extrem. Jetzt habe ich genau drauf geachtet. Bitte schreibt in die Kommentare. Geht es euch genauso? Was ist da los? Habt ihr was mitbekommen? Ist es seit dem Patch, der gestern Abend rauskam? Ist es bei euch schon länger? Mir fällt es tatsächlich jetzt erst auf. Ich dachte tatsächlich, dass es vielleicht mit meinem Rang Platins zu tun hat, dass da vielleicht irgendwas anders ist. Aber irgendwie passiert nichts mehr. Ich bitte um eure Hilfe. Sollte es jetzt tatsächlich bei jedem so sein, dann hat sich das mit Ranked, denke ich, erledigt. Und dann macht das ganze System überhaupt keine Freude mehr. Dann herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierhin bis Master gegrindet haben. Und alles, was ihr gemacht habt, wenigstens gezählt hat. Bis auf Campen. Aber das ist eine andere Geschichte. Leute, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Das ist auf jeden Fall gerade eine absolute Vollkatastrophe. Und mir macht es jetzt gerade keinen Spaß mehr, Ranked zu spielen, weil es jetzt echt wirklich keinen Sinn mehr macht, sich den Arsch aufzureißen. So, ich doppel und dreifache mich mit meinen Worten. Das war's von mir. Ich bin auf euch gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.